Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben weiter den Konjunktiv 2 in irrealen Wunschsätzen. Diesmal mit einem Schwachenwert. Wir haben hier zwei Formen. Die eine Form ohne Würde für die Schriftsprache und die andere Form mit Würde plus Infinitiv beim Sprechen. Also wenn wir im Alltag sprechen, da können Sie diese Form verwenden. So, die Realität ist, er raucht mindestens 20 Zigaretten am Tag. Möglichkeit 1. Rauchte er doch nicht so viele Zigaretten am Tag? Oder? Würde er doch nicht so viele Zigaretten pro Tag rauchen? Möglichkeit 2. Wenn er doch nur nicht so viele Zigaretten pro Tag rauchte? Oder mit Würde? Wenn er doch bloß nicht so viele Zigaretten am Tag rauchen würde? Möglichkeit 3. Ich wünschte, er rauchte nicht so viele Zigaretten am Tag? Oder die Form mit Würde plus Infinitiv. Ich wünschte, er würde nicht so viele Zigaretten am Tag rauchen. Möglichkeit 4. Ich wünschte, dass er nicht so viele Zigaretten pro Tag rauchen würde. oder ohne Würde. Ich wünschte, dass er nicht so viele Zigaretten pro Tag rauchte. Dankeschön.